Guck mal, Alex, drehen wir da nichts. Siehst du noch nach vorne zum Holzhorn? Dann dreh mal da hinten, so richtig so starken Wurzeln. Ja, mach ich jetzt gerade. Guck dir mal den Mond an. Geiler. Wir sehen den Mond noch nicht einmal. Ich sehe jetzt Heppenheim. Ja. Ackerland ist schön. Ich klicke auf Heppenheim. Lageanzeige. Ich habe gestern den Mond gesehen. Ich bin gestern mit dem Mondgang nach Hause gefahren, auf der Autobahn. Punktstadt. Alter, wie ist es denn groß? Rund, weiß. Ich habe Fotos gemacht, aber. 101 Millions. Aber auch freundlich, was geht das mal? 102 Millions. Low battery. 97 Millions. Alle drehen sich um. Nur Alex steht in die Richtung. Schwein, den muss er ja nicht. Schwein, den muss er ja nicht. Diese ist aber heute. Alex hat da auch wie eine Grenze reinprogrammiert. Wer hat es 100 Meter macht? 96 Millions. Okay. Wer könnte... 96 Millions. Und battery. Ja, die ist fast. Ja, die Easy Wallens. Ja, die Easy Wallens. So, die ist leicht rechtsverläsend. Hier ist 94 Meter, 90 Meter. Ja, die ist ziemlich weit hoch geflogen. Ich habe gar nicht mitgekickt, dass ich so hoch war. Wow. Kommt sie runter. Boah, sie kommt runter. Ja, ja, ich bin ja vorsichtig. Ich bin ja immer ein bisschen nah. No, that way. R.I.T. landet. Ja, nach Hause. Ja, genau. 37. Yeah. Niemals. No, that way. Ja. Das sind jetzt 10 Meter. Ich kann jetzt leider die Kamera nicht schneiden, weil die Windel ausgefallen ist. Ey, Peter, wie hoch ist das? 10 Meter, nicht weit. Das ist nicht weit. 5 Meter. Ey, das ist so ein Sprungbrett mäßig, ja. Ja, das ist ein Sprungbrett. Das ist etwas tiefer noch. Guck. Abnehmen. Ah, das sind 10 Meter. Jetzt kommt sie hin. Das sind keine 5 Meter, das sind 10 Meter. Das sind 10 Meter. Ja, die lenkt sich schon rein. 10.0, low battery. Ja, ja, du mit deiner low battery. Die Klappe. No battery. Da sind die Peperoni. Ja, ja, hab ich schon. Oh, Alex, ich muss gestehen. Deine Landung haben sich jetzt am 4. Gebessert. Hammer. Hammer, das war schon richtig gut für Sinne. Ja. Das gehe ich schon hin. Landung, das ist nicht mehr. Ja, beide kommt auch immer runter. Runter kommen sie alle. Ja. Jetzt hab ich was aufgenommen. Hast du einen Mitschnitt? Geil, das ist geil. Okay, gut. Dann soweit. Guck dir mal den Mond da drüben. Ja, der Mond ist auch gut. Oh, ich sage mal. Alex, hast du deine Kennen dabei? Nee. Ach, Mensch. Guck dir mal an, was da drüben auftaucht. Junge. Untertitelung des ZDF, 2020